Was passiert genau, wenn Sie eine Website aufrufen? Zuerst geben Sie in Ihrem Browser auf einem Laptop, Smartphone oder Tablet die Adresse einer bestimmten Website ein. Dadurch senden Sie eine Request, eine Anfrage, an einen Webserver. Mit der Adresse wird die Anfrage auf den Webserver geleitet, auf dem die Daten enthalten sind, die Sie abrufen möchten. Das geschieht über das Hypertext Transfer Protocol, kurz HTTP genannt. Deshalb steht am Anfang des Links auch immer ein HTTP. Bei HTTPS steht das S für Secure, da die Daten verschlüsselt übertragen werden. Das ist besonders wichtig bei Websites, auf denen man Passwörter eingeben muss. Der Webserver schickt dann über HTTP eine Antwort zurück und zeigt Ihnen die Inhalte der Website. Die Inhalte, die Sie auf Ihrem Webbrowser sehen, sind nicht auf Ihrem lokalen Gerät. Sie werden lediglich von einem Server abgerufen, der irgendwo auf der Welt steht und die Daten enthält, die Sie abrufen möchten. Doch was wird genau geschickt und wie wird das von unserem Browser dargestellt? Nun, um einen Einblick zu erhalten, wie eine Website aufgebaut ist, können Sie je nach Browser mit Rechtsklick auf Untersuchen klicken. Dann öffnet sich quasi die Motorhaube der Website. Hier sehen Sie den sogenannten Quellcode, der eigentliche Aufbau einer Website. Hier können Sie alle Elemente und Anweisungen im Code der Website sehen. Dieser Quellcode ist aber in den Rohstrukturen dargestellt und auf den ersten Blick nicht sonderlich lesbar. Was Sie hier sehen, ist HTML, CSS und JavaScript. Was das genau ist, erkläre ich Ihnen jetzt. Beginnen wir mit HTML. Das steht für Hypertext Markup Language. Das ist die Sprache, um dem Browser anzugeben, wie Texte und Inhalte verknüpft und dargestellt werden. HTML funktioniert mit sogenannten Tags, die dem Inhalt der Website eine Struktur geben und dem Browser mitteilen, wie die abgerufene Seite aufgebaut ist. Tags erkennt man an diesen spitzen Klammern. Es gibt öffnende Tags und schliessende Tags, die einen Schrägstrich haben. Zusammen bilden sie einen Container für Texte, die auf der Website dargestellt werden. Bei unserem Beispiel haben wir zuerst den umfassenden HTML-Tag. Eine HTML-Seite besteht dann aus dem Seitenkopf, Head und dem Inhalt, Body. Im Head-Tag steht das Title-Tag, welches den Titel der Seite enthält. Das ist der Name, der im Browserfenster angezeigt wird oder wenn Sie eine Website als Lesezeichen speichern. Im Head-Tag stehen noch weitere Informationen, die auf der Seite nicht dargestellt werden. Im Body-Tag ist dann der eigentliche Inhalt, der auf der Website dargestellt wird. Guten Tag ist der Text, den wir sehen. Mit dem H1-Tag ist festgelegt, dass es eine Überschrift ist. Gut, nur mit HTML sieht die Internetwelt ziemlich langweilig aus. Alles nur Inhalte, aber keine Gestaltung und keine Kreativität. Deshalb brauchen wir das Design einer Website. Mit CSS können Sie HTML mit Regeln für Farben, Schriftarten usw. formatieren. Das ist gut und recht, aber es ist immer noch alles sehr statisch. Wenn Sie Bewegung in die Sache bringen möchten, dynamische Elemente erstellen wollen, dann brauchen Sie JavaScript. Das ist eine Programmiersprache, entwickelt für die Interaktivität von Websites. JavaScript wird eingesetzt für Animationen, Kommunikation mit Formularen, in Online-Shops usw. Also, zusammenfassend, HTML brauchen wir für den strukturierten Inhalt. CSS kümmert sich um das Design einer Website. Und JavaScript ist eine Programmiersprache, um Bewegung, Funktionalitäten und Abläufe in eine Website zu bringen. Schauen wir uns jetzt zwei spezifische HTML-Tags an. Zuerst das A- oder Anchor-Tag, das Sie brauchen, um einen Link zu erstellen. Bei den Web-Links unterscheidet man typischerweise zwischen lokalen Links, Links innerhalb einer Website oder Domain und externen Links. Alle Links haben gemeinsam, dass sie eine URL enthalten, einen Uniform Resource Locator. Das ist die Adresse, die genau angibt, wo die Inhalte gespeichert sind, die Sie durch einen Klick auf den Link abrufen. Hier sehen Sie ein Beispiel eines Links. Das erste A in spitzen Klammern öffnet das Tag. Innerhalb der Tags können Sie verschiedene Attribute einfügen. Das sind Eigenschaften der jeweiligen Tags. Das wichtigste Attribut ist href, was für Hypertext Reference steht. Nach dem Gleichheitszeichen und zwischen den Anführungszeichen finden Sie die URL. Im nächsten Teil steht der tatsächliche Text, der dann typischerweise unterstrichen angezeigt wird und angeklickt werden kann. Das Tag wird mit dem Schrägstrich A in spitzen Klammern wieder geschlossen. Das zweite Tag ist das IMG- oder Image-Tag, das Sie anwenden, wenn Sie Bilder einbinden wollen. Als erstes brauchen Sie eine Bilddatei. Die ist typischerweise im JPEG, PNG oder GIF-Format. Diese Bilddatei kann im selben Serververzeichnis gespeichert sein, wo die HTML-Detail der Website liegt. Oder irgendwo sonst auf einem Server im Internet. Im Image-Tag schreiben Sie zuerst das Attribut Source, SRC. Hier geben Sie den Bildnamen an, das ist hier Bild.jpg. So muss das Bild im gleichen Verzeichnis liegen, wo auch die HTML-Datei der Website ist. Mit dem zweiten Attribut Alt für Alternative können Sie einen Text eingeben, der beschreibt, was auf diesem Bild zu sehen ist. Das ist hilfreich einerseits für Sehbehinderte, wenn Ihnen ein Computer mittels Sprachausgabe den sichtbaren Inhalt der Website vorliest. Andererseits hilft es Suchmaschinen, den Inhalt besser zu erkennen. Das Image-Tag hat hier kein Endungstag. Deshalb ist es mit der letzten spitzigen Klammer zu. Das waren zwei HTML-Tags aus Dutzenden weiteren Tags, die Sie brauchen, um eine Website aufzubauen. Es gibt noch viele weitere HTML-Tags, mit denen Sie Tabellen, Animationen oder auch ganze dreidimensionale Objekte einbinden können. Das Web bietet unendlich viele Möglichkeiten. Das Web bietet unendlich viele Möglichkeiten.